Das und das. Jetzt ne Forge. Stone und Wood. Okay. Sind schon mal gut. Aber irgendwie... Ich lasse sie jetzt immer einfach hinter mir herfliegen. Okay, ne Forge müsste jetzt drin sein. Wo ist die, wo ist die, wo ist die, Forge, 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 Forge. Äh, da, 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 da. Blöd. Hast du immer noch Stein? Ich glaub's nicht. Obwohl, ein Scherz. Was? Nein, 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 nein. Da. Davon will ich auch eins. Okay. So, jetzt weiter. Hier rein. Okay, dann Holz hier rein, Fleisch. So, Forge, komm her. Oh, Double Taming. Äh, Metall da rein. Ähm, damit jetzt kein Stillstand ist, machen wir erstmal so. Und wenn das jetzt nicht das Effektivste ist, aber egal. Okay. Okay. Dann. Wir können hier aber grad nichts thämen. Wenn wir auf irgendwas draufhauen, sind wir so gut wie tot. So, ihr sollt jetzt erstmal hierbleiben. Das ist gut. Und jetzt Metall, 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 Metall. Gut, was mach ich jetzt? Das überlege ich grad mal hier. Ähm. Also erstmal brauchen die Smissi natürlich. Ähm. Wir könnten natürlich den Pronto zämen. So, das mach ich jetzt. Ähm. So, noch ein bisschen Leben. Samina. Jetzt zurück. Äh, so viel Zeug brauchen wir dann nie und nimmer. So. Oh, das wird ganz schön knapp. Okay. Missi. 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 Äh, gut. Nehmen wir uns mal hiervon ein bisschen was vor. Ja, damit. Ähm, das rein, das, das. Äh, davon, das lösen wir mal. Ähm, so. So. Weg. Gut, davon grad nochmal. Äh, was können wir denn machen? Also auf jeden Fall Chitin-Rüstung. Dafür brauchen wir Fiber. Das haben wir noch. Wer damit. Okay, dann hier. Wood. Äh. Wood brauchen wir auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das Double-Taming kann ich halt nicht auslösen. Weil wenn ich jetzt Ankylo oder so wäre natürlich eine coole Sache. Aber. Das sind mit dir eindeutig zu viele, die hier rumgurken. Dann wäre man sofort tot. Wenn man das alleine probiert. Und der Pronto wäre wahrscheinlich auch tot. Weil, der, mit seinem Schwanz, wenn der ausholt, dann trifft er die Ankylos und dann greifen die auch wieder an. Also egal, was man jetzt macht, man ist am Arsch. Kann man wirklich so sagen. So, weg damit. Stamina. Äh. Äh. Movement Speed. So, und weiter. So, wir müssen aber hier aufpassen, weil hier unten, kann es ganz schön eng werden. Oh. Wir spawnen. Ich gehe mal kurz hier raus. Ah. Ihr, die Mordfordon. Ihr macht das schon. Ähm. Nicht gut. Äh. Wo seid ihr? Ein bisschen. Follow all. Hallo. Oh. Okay, ich hoffe mal. Hier rein. So. Oh, cool. Verdammt viel Metal. Hm. Oh. Was da rein. So, dann. Was war denn jetzt hier? Hedge. Ähm. Machen wir uns das dann mal. Crossbow. Dann move den Speed weiter. Machen wir uns das nochmal weg. Ähm. Das hier rein. Achso, ein Mortar. Könnten wir mal machen. Morte. Was fehlt uns da? Hight and Stone. Haben wir das hier? Nein. Ich bin dann verhungern. Äh, kein Boot. Nein, Hight and Stone. Komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Schneller, schneller. Dann gehen wir halt jetzt nur mit Trend die Moffe und dann ist gleich noch da oben. Ist auch gut. Ist auch gut. So, vielleicht hätten wir schon mal. Hm. Movement Speed. 104. Ist schon mal gut. Äh, das. Dann nehmen wir uns das. Dann nehmen wir uns das. Äh, und. Oh, Hight. Mortar. Shit. Und damit kommt. So. Es fehlt ein bisschen Hight. Mehr. Danke. Oh, Mann. Hier sind so viele Tiere. Ähm. Ja, dann mit. So. Ey. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, ihr habt euch schon gekümpft. Danke. So, jetzt das da rein. Oh, nice. Okay. Jetzt den Mortar schnell platzieren. Noch ein bisschen. Oh, da fehlt uns. Zone. Oh, Acid Rain. Äh, ausziehen. Zone. 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 Oh, gleich müssen wir nach oben. So, das sollte reichen. Das erste. Äh. Oh, das ist schon da drüben. Die Wand. Die Bohle. Äh, da rein. So. Dafür brauchen wir ja nur Kohle. Genau. Kohle da rein. Das hier rein. Ähm. Hight fehlt uns. Gut. Da kann ich jetzt leider nichts sagen. Das ist halt dann so. Aber was will man machen? Ja. Dann hauen wir den mal raus. Ähm. Jetzt gehen wir jetzt mal fortitude. So. Dann. Hole jetzt Gunpowder. Der nächste weg. Oh, der hat ein Agentarwist. Okay. das ist auch ne möglichkeit. Das ist auch ne möglichkeit. noch ein bisschen Leveln. Kommt drauf. Knoppen. Oh, hier ist noch ein bisschen Zeug. Okay. Dann weg damit. So. So. Und dann weiter. Weiter, 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 weiter. Komm hier hoch. So. So. Eine Gunpowder hätten wir. Dann. So. Alles reinhauen hier rein. Denn das. Wundere. Öl. Wenn ich wüsste wo es Öl gibt. Würde ich das machen. Ähm. Wie viel Schusshahn hätten wir denn hier. So viel. Jo. Das ist schonmal ordentlich. Ähm. 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 Mach mir das nochmal. Wollen wir hiervon mal was weg. So viel ist eh nicht gut. Nein. Da geh ich nicht hin. Dann weiter. Okay. Machen wir noch ein bisschen ganzes. Fynnpowder. Ah. Ne. Gunpowder. Es mangelt uns ja jetzt eher da dran. Dass wir. Keine Kohle mehr haben. Was mega heiß. Oh jo. Soll's mega heiß sein. Ähm. Nein. Die Kohle sollte da sein. Äh. Das ärgerte mich eben. Dass hier so viele Tiere waren. Kann man jetzt schlecht. wo ist meine rüstung auch hier so, gut komm, Munition Metal so, ein Schwert können wir auch nicht machen hm, so ok, wir verwarten mal ein bisschen Munition ah, verdammt, bleib hier, bleib hier ah, hoffentlich sind hier keine Piranhas oder so oh, das war jetzt ah, ok ich habe jetzt eben auch gerade gesehen man könnte sogar eine Longneck Rival machen das ist sogar möglich das müsste ich mal das nächste Mal probieren er hat glaube ich mal eine gute Taktik auf eine Longneck Rival oder so zu gehen ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr auch wenn das Metall vielleicht noch da wäre da ist einfach einer rausgegangen aus dem Match das ist natürlich auch eine Möglichkeit hier mh, raus zu gehen gut die, ja großartig äh, komm, komm, komm äh so dann komm hier rein das gut also die hätten wir auch schon mal einen Longneck Rival dafür bräuchten wir halt 50 Metal Metal ok gut machen wir nochmal hier ein bisschen Fleisch warte, warum schmeiße ich das denn jetzt weg naja, egal drum leben machen wir mal drücken zu, dass wir unsere Ruhe haben mit dem Speed so, dann kommen wir das da rein ah, die heben wir drücken nochmal auf und das hm 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 ja komm schon so sieht gut draußen aus ja, es ist, es geht noch so, dann 100 Schuss für den Crossbow das das Taming lassen wir auch nochmal so weiter laufen dann 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 jetzt nein 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 und noch carnivore drop bleibt mal kurz hier drin was bitte stirbt nicht bitte stirbt nicht haben wir nur einen zweiten nein was was bei und spino ist hier gespawnt okay das ist jetzt leicht blöd denn wir müssen hier raus ich mache jetzt noch mal nein bitte nicht nein 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 blöder spino nein wir werden sterben ja damit endet jetzt hier die folge von mir ich bin so blöd nein 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 das war so doof ja gut ich hätte doch lieber beim carnivore drop weg aber dann werden auch gestorben egal was wir gemacht hätten wir wäre gestorben naja egal ich würde sagen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal jetzt frage was machen wir die ganzen tieren darf man keinen fehler machen net noch ohne net noch mal heute ja da hat noch eine hütte gebaut ja mal gucken ach der ist gestorben nein 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 ganz schlecht meine ja 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 und